ARD Text im Auftrag von Funk Jetzt wo er wüsst wie es funktioniert, wollte auch mal gewinnen Wohin? Wir sammeln uns bei Dora 5, Dora 6 Verteidigungspositionen einnehmen Läuft Ja, sehr So, welcher Fußballverein Weiter, welcher Fußballverein? Weiter! Hallo, nicht abbrechen! Der Nachschuboffizier ist wieder da Leute, D5, D6, bleibst du dahinter? Ich bin voll dabei, schneller wird's nicht Oh, die inrufen nach, super Ne, ich will verhindern, dass die Leute weitergehen Viel Spaß doch, ach ne, Entschuldigung, war zu früh Ha, Mist Ich sehe schon, läuft bei dir Ja Ein Victor kommt direkt gerade auf uns zu Die anderen gehen links hoch Okay Noch mal, ich war gerade ganz woanders, geistig Der Victor kommt wirklich schön auf uns zu Ist doch schön Von wo, nochmal? F6 ist er jetzt in etwa Er will auch nach oben, aber er ist vorne rumgegangen als Einzelner Aber da werden wir nicht mehr rankommen Da ist, die werden so über E7 daherkommen Äh, ja Bleibt's mal Bleibt's mal in dem chaotischen Haufen, wie wir gerade sehen Die sind schon da oben hinten Hinten bei E7 ist ne Zikade Bei F5 läuft da hängen, was ist immer dumm Darf man über ne Randlinse? Ja, ja Die hat PPKs, die kann ich treffen Sagen wir nicht die Hauptgruppe direkt sehen Macht's die Augen auf Ja, aber die habe ich gesehen Die ist da hinten auf der Plattform Da hinten ist sie ja genau geradeaus Nix Ah, ja Okay, wir gehen Richtung E6, E7 Praktisch ein bisschen vorrücken in die Richtung Danke fürs Blocken Uäh E6, E7 Ne, korrigiere, da schießen die schon ein Das vergesst man Bleibt's in Deckung Okay Ja, wo einer ein Arti gesetzt, da sind die alle Ja, das war ich gerade Äh Okay, Gegner steht Hehehe Der Arti ist schön ins Gestein gegangen Ja, da kommt nochmal ein Arti bei Ne Nein Nein, der ist oben ins Gestein gegangen Ah E7 soll da was stellen, also Schusshauer können wir Ja Ah, wir sammeln uns Richtung F6 Foxtrot 6, aber rechts rum, sodass ihr kein Feuer kriegt, Leute F6 Über E5 nach F6 praktisch so Ja Ja, 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 alles klar Komm, Kinder, jetzt Ja, Papi Ich fang ja schon an, mich hier zu rollen Über E5 nach F6 Jetzt bin ich wieder da, klasse Gott Hallo, du bist gerade disconnected Ah, ja Die laufen alle Richtung Die laufen alle Richtung E7 Ja, ich weiß Okay User in your channel timed out Oh, Scheiße Also, der Teil kommt jetzt auf euch zu, der Teil schaut in meine Richtung Ja, der Teil geht weg Jetzt bewegen sie sich auf euch zu, ja User entered your channel Ähm Ja, sorry Wir bewegen uns Nee Wir kommen jetzt über D7 Dora 7 Ja Okay, wir bewegen uns Richtung E7 Emil 7 In die Richtung vorricht Ja, ja, ja Das ist ein Hoppik kommt zu uns Ich komm, ich komm Alles Richtung E7 weiter Okay Wir sind aber bloß drei Stück Bleibt zusammen, die haben einiges an Raketen Leute, treten jetzt auf Gas Einmal Wir brauchen ECM Ich brauch hier schnellstens ECM Wir brauchen ECM Da, ja, ja, ja Kann es sein, dass ich genagt bin? Nein Ich krieg trotzdem ein bisschen so nebke ECM zu sprechen Jetzt hab ich es Da auf dem Hügel, der eh Ja, ja, ja Da Ich bin nicht da Ich gebe Sperrfeuer So lange wie es geht Da stehen Raketenboote, genau dahinter Da Wir gehen rechts rum Aber passt auf, wir haben was hinter uns Also bleibt einmal auf dem Gas, Leute Ja Ja, da stehen vier Stück hier Ja, das ist ein Ja, wo ist denn hier? Bei Hoppy, geht's zu Hoppy alle Einfach weiter Richtung E8 Dorthin marschieren Der hinten ist stirbt Bus, Hoppy Und der vorhin war Ich bin das einzige Alada hier oben Ja Wollen die dran Das ist das Heavy What the fuck Das war's Die gesamte Gruppe steht da, wo ich gucke Alle Schiss Doch, leider nein Die sind aufgeteilt Und jetzt macht's die Typen endlich fertig Was dauert da so lange Der Typ bei Wo man ihn Wie kann man ihn killen So, und dann weiter marschieren Jeder, der stehen bleibt, wird jetzt erschossen Weiter Richtung Dora 7 Da sind die Gegner Da marschieren wir rein Wenn sie nicht bald in Gang kommt, verlieren wir das Tschüss Achtung, Arti, kurz zurück Wer stehen bleibt, wird erschossen Weiter marschieren Marschiert's in die rein Verdammt nochmal Die haben LAMs und Peps Ja Geht los Alle stehen rum Go Amarok bleibt stehen Beschleunigen Niemand bleibt stehen Marschiert's in sie rein Normal Weiter marschieren Marschiert's in die rein Charlie Charlie Jägermecht Charlie Jägermecht Jeder, der ihn nicht zieht, ist zu langsam Und ein Noob Ganz einfach Arti, setzt sie in Arti, sofort die da gehen Super, wer hat die Arti da mitten vor uns gesetzt Genial Astreine Astreine Aktion grad Da Stalker, Stalker Aufschalten, dann kann er euch sogar Designationen sagen Juliet Jawohl Na doch nicht Sorry, ne Oder Nathan, aufschalten Was gibt's noch nicht Da kehlen da Danach dem Victor Gustav Gustav Victor, beide Beine offen Herr Zauber auf den Torse zu schießen, schießt die Beine weg Leute, ich brauch hier Hilfe, ich hab keine Waffen mehr Ruhe Victor Gustav Wenn er denn umfallen würde, weil jemand auf den Ski hießt Beine Ja, weitermarschieren, ihr steht schon wieder, ich pack das nicht Ilo Victor, weitermarschieren Gas ist rechts Ilo Bitte lass mich dieses Spiel überleben Ich flehe euch an Ich bin bei 6% Leben 6 Ich flehe jeden an Lasst mich leben Rennst bloß nicht gegen Chiracu, der ist tot Der stolpert dir so nicht plump Hol Chiracu, ich möchte auf ihn schießen Nein Beschützt Chiracu Schützt den letzten Gegner Es war, ich glaub, ne Zikade Die hat mich die ganze Zeit verfolgt Die Zikade, die war in unserem Rücken 4-7 Halt dich halt ab, dann sehen sie dich nicht mehr Du wirst für Druck halten Kann jetzt aber wieder überall sein Das sieht echt nicht gut aus bei mir Ja, du qualmst, die fällt keiner für lebendig Was mit deinem rechten Bein, willst du das Achievement haben mit unter 20%? Das hat er Der hat 6% Ich hab die Zikade ausgemacht Du kannst mir D5 E5 Ach shit Dora 5 E5 Ich haust den Sniperd Nice Ey Mütter Also Infusion ist ziemlich hart, da muss man aufpassen Ja Der hat mich gerade erwischt Geht und geht's nicht zu weit auseinander Ich liebe euch jetzt Ausschaltung Wo ist der Typ? Wo ist der Typ? D5 D5 Wenn ich das richtig gesehen hab, hatte der eine AC und eine PEP Schaut, dass ihr wieder zur Hauptgruppe zurückkommt Ah, da ist er Dora 5, Dora 4 ist er Ja, ne, er PEP dabei Voll PEPs, ne? Ja, ja Ja, okay Küpfen, Natascha, Unverwundbarkeit ein Ich hab's euch eben erzählt, den Punkt macht er damit 900 Schaden und so späße Ach, das war der, wo du erzählt hast Ja, ja, nicht nur einmal, die ganze Zeit, ey, das ist der Hammer Die haben mich jetzt im Flug erwischt, zum Thema Flug Mich muss er nur noch böse angucken, wenn ich fall um, also... Rechter Tor so eintreffend, er kippt Der Witz ist nämlich, das funktioniert bei André bei mir nie Jawoll Ja, Achievement Da gibt's den Kader auch Weißt du, wie man so kaputt trägt? Oh mein Sechs Prozent Ich brüch's demnächst Scheiße Da fand ich die Racken So Wir schauen jetzt alle mal auf unsere Tastatur Lokalisieren die B-Taste Und merken uns, das ist das Gas Oh mein Gott Oh mein Gott Da bewegt sich dein Mech Das ist doch das, was über Y und X ist, ne? Dieser Kringel Ja, ich bin kurz vor kaum angefangen Schief gegangen, so Theo sagt links rum, darum angreifen, so und die Hälfte Jacken Shadowhawk rechts rum Ja, also ich würd sagen, das hab ich hier locker gemeistert Ähm, 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 ähm Ja, aber die waren eigentlich Ja, Brawl-Viktoren Die hätten eigentlich auch umgekehrt Also ich hab dir mal einen Weg nur unter die Beine weggeschossen Ich hab da da großartig rumgemacht Die waren aber etwas Läuft die Beine, ja Sie waren schlechte Freundschaft Naja Dafür die die Hälfte aufgestaltet haben Irgendwie, weil die gar nicht amüsiert haben Dass ich mit meinem Raven da reingelaufen bin Okay Leute, dann werde ich mal mein Achievement einsammeln Damit verabschieden Sie Wolfstag, oder? Bis zum nächsten Mal Ciao Hab ich schon gesagt Hehehe